Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen technischen Marktupdate. Den Risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen direkt rüber in die Nextation, wir fangen mit dem Nasdaq Future an und der ist gestern aus dieser Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen und hat ein neues Jahreshoch markiert. Das nächste Ziel wäre das Augusthoch bei 13.740 Punkten und die Aufgabe der Händler natürlich herauszufinden, ob sich das vielleicht doch nicht als Fehlausbruch entpuppt. Konkrete Trading Ideen dazu gibt es übrigens in meinem Video von heute Morgen, den Link gibt es immer unten in der Beschreibung. Der Deutsche, Light Index bleibt unterhalb der 16.000 Punkte Marke und testet jetzt eine kurzfristige Unterstützung bei 15.984 Punkten. Der Verkaufsdruck scheint in dieser Woche gegenüber den vorherigen Wochen deutlich nachzulassen. Das sieht man eben hier an den unteren Schatten und solange sich der Markt eben hier wieder fangen kann, ist auch ein neues Jahreshoch möglich. Ansonsten könnte es nochmals in Richtung 15.891 oder auch in Richtung 15.816 Punkte gehen. Euro-Dollar steht in dieser Woche unter Druck und die Unterstützung bei 109.73 wurde bereits unterschritten und jetzt wird auch schon die nächste Unterstützung bei 109.29 getestet. Sollte auch dieser Bereich nicht halten, dann könnte es eine stärkere Verkaufswelle geben und dann würde ich bei 107.659 ansetzen und eine Top-Bildung könnte eben auch bedeuten, dass möglicherweise der Markt auch die 104.82 anvisiert. Wichtig also heute herauszufinden, ob die Unterstützung hält für einen neuen Erholungsversuch oder ob der Markt eben weiter abdriftet. Auch da gibt es eben wie gesagt Ideen zu in meinem Video von heute Morgen. Gold zögert am Zwischenhoch bei 2032 Dollar. Wichtiger Hochpunkt gewesen. Es gab bereits zwei Fehlausbrüche und dort wird der Markt erst einmal zurückgewiesen. Der Bereich muss geknackt werden, um mehr Potenzial freizusetzen. Ansonsten könnte der Markt nochmals zu diesem Ausbruchsniveau bei 2010 Dollar zurücklaufen. Die Ölsorte WTI fiel zwischenzeitlich mal auf ein neues Jahrestief, konnte sich seitdem aber auch wieder recht schön erholen und dabei wurde fast das Zwischentief bei 73.92 erreicht. Da gab es eben das Ausbruchsniveau. Das könnte eben ein wichtiger Bereich sein, an dem die nächste Entscheidung getroffen wird. Entweder der Bruch für weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 76.71 oder der Markt könnte dort eben wieder zurück oder fallen, die Gewinne abgeben und unterhalb von 71.66 könnte es dann auch noch mal wieder in diese Unterstützungszone zwischen 64 bis 65 Dollar gehen. Der Bitcoin fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit fast anderthalb Monaten und scheint jetzt aber eine wichtige Unterstützungszone zu respektieren und zwar ist das der Bereich zwischen 27.200 und 27.700 US-Dollar. Ja, wenn der Markt diesen Bereich respektiert, könnte es mindestens in Richtung 29.000 gehen und dann gibt es auch die Chance auf ein neues Jahreshoch. Andererseits könnte der Markt unterhalb von 27.000 erst einmal die 26.600 anvisieren. Da gab es noch ein paar Berührungspunkte und dann sind wir schon wieder beim Ausbruchsniveau bei 25.200 Dollar. Lasst gerne auch einen Daumen da oder einen Kommentar. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. flipen 20.000 23.000 22.000